Mann, ey, nein, 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 nein. Wir sind John und Rashid und wir spielen eine Runde Mausefallen Mikado mit dem Gewinner. Was? Hä? Der Vanette. Tommy, ein, hey. Ich glaub ihm nicht. Mausefallen Mikado. Eine Mausefalle wird gespannt und mit winzigen Holzstäbchen belegt. Die Spieler müssen abwechselnd ein Holzstäbchen aus dem Stapel ziehen, bis alle Stäbchen gezogen sind. Die Zeit für einen Zug ist auf 5 Sekunden begrenzt. Wer die Zeit überschreitet, wird bestraft und muss die Mausefalle mit seinem Finger auslösen. Round 1. Oh, verdammt, der war aber auch schüttlich. Oh, gar nicht schon welchen du nimmst, alles klar? Oh, sind wir zu. Nicht mich, nicht mich, nicht. Ach so geht das auch? Ne, ne, so geht's auch nicht. Ich glaub die 5 Sekunden waren schon überschritten. Waren sie nicht, ich hab nur... Jetzt sind sie überschritten. Ah, ne, ne. Oh, 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 oh. Ja, mehr ist noch ein bisschen. Ja, 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 dann nehm ich den. Ne, ne, den nicht. Doch, warum kann ich den nicht nehmen? Weiter, 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 keine Zeit. Ok, verdammt. Nehm ich den, alles klar. Oh, ihr seid jetzt, wenn du Pfiss an. Oh, oh, die Zeit hat er, ne? 2, 3, 1... Nein, wirklich? Das ist vorbei. Oh. Jetzt musst du draufhalten. Dass sie dich ausgelöst hat, ne? Die Bestrafung. Oh oh. Oh tsch. Oh. Oh, oh. Oh, das ging auf den Nagel. Ja, so muss es sein. Rd 2. Mach schon. Fünf Sekunden, ja? Fünf Sekunden bitte. Halt doch einfach wirklich die... Ist schon vorbei, ne? Ne, ist nicht. Jetzt ist es gerade noch so. Jetzt ist es gerade noch so. Jetzt ist es gerade noch so. Aber jetzt ist es... Ja, genau. Der schnippst da irgendwann ganz... Ihr seid doch so eine Penner. Ne, der war nicht schlecht. Okay, alles klar. Hey, wie viel hast du denn genommen gerade? Ich weiß nicht, acht. Aber du bist cool, gell? Okay, ja. Ja, super, ey. Oh, der da unten ist. Ey, wenn der bei mir hängen bleibt, ey. Ah, fuck. Ah, super, gleich drei. Ich muss, ne? Oh, was ist das? Ist das Ding schon wieder runter? Mann ey, nein, 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 nein! Oh, du hast aber auch einen weggekämpft. Genau auf die selben Finger. Ah, aber du hast den hart weggekämpft. Oh, du hast den hart weggekämpft. Ja, verkackt. Oh, Mist. Haben wir echt drei Runden gegen ihn? Er hat nicht ein einziges Mal verloren? Ja, drei Neukinder. Was soll ich sagen? Das ist sein Tag heute, ey. Der Finger ist auf jeden Fall rot. Doppelt kassiert. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Und dir alles Gute. Und vielen Dank. War es super noch.